Hallo, wir sind hier immer noch auf der RPC 2013, diesmal am Start von Perfect World, bei mir ist der Norman. Und der wird uns jetzt mal was zu Neverwinter erzählen. Hallo Norman, was ist denn Neverwinter? Ja, Neverwinter ist das neue Free-to-Play-MMO-RPG von Cryptic Studios und wird veröffentlicht in Europa und natürlich auch in Amerika von Perfect World, also wir als Publisher. Und ja, was ist das Geniale über Neverwinter? Ist halt kostenlos. Also ihr habt keine monatlichen Gebühren, ihr könnt direkt anfangen zu spielen, ihr könnt direkt einsteigen, einfach auf Neverwinter.de gehen und das Spiel runterladen, los geht's. Also einfach auch mal schön unverbindlich testen? Einfach mal unverbindlich testen, ihr habt keine Boxkosten am Anfang, ihr könnt direkt einfach mal loslegen. So sieht's aus. Und wie sieht das aus? Ist das jetzt komplett fertig oder ist das noch in der Beta? Also momentan sind wir in der Open Beta und das heißt, wir testen gerade noch die letzten Feintunings am Spiel, wir machen noch ein paar Sachen fertig und wir werden auch demnächst den offiziellen Release-Termin bekannt geben. Kann ich jetzt hier noch nicht machen, aber dauert nicht mehr lange. Und ja, so wie es in den Release geht, wir haben auch schon Update-Pläne, Content-Updates und Expansions und so weiter. Also da kommt eine ganze Menge in den nächsten paar Monaten noch für Neverwinter. Und es gibt ja jede Menge Online-Rollenspiele. Was macht Neverwinter denn so besonders im Vergleich mit den anderen? Genau. Also bei Neverwinter gibt's eine ganze Menge Besonderheiten. Eine von den Besonderheiten in Neverwinter ist das Action-Combat-System. Also man hat nicht dieses klassische Untappen von den Gegnern, wo man dann einfach nur die Skills durchdrückt von 1, 2, 3, sondern in Neverwinter muss man kontinuierlich den Gegner im Zielkreuz behalten. Man hat eine kompakte Anzahl von Skills auf der Skill-Leiste. Die Skill-Leiste selber ist sehr kompakt und sehr übersichtlich. Und sie soll vor allen Dingen auch diesen dynamischen Aspekt vermitteln. Also ausweichen ist sehr, sehr wichtig. Im Spiel auf die Umgebung reagieren. Das wirklich aktive Spielen steht bei uns im Vordergrund. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und das zweite ist also das Action-Combat-System. Und das zweite ist auf jeden Fall die Foundry. Und da hatten wir gerade hinten an der Buff-Stage eine ziemlich coole Präsentation zum Thema Foundry. Die Foundry ist sozusagen der Mission-Editor, der Quest-Editor. Dieses Tool ermöglicht dem Nutzer seinen eigenen Content zu erstellen, seinen eigenen Quests zu schreiben, seine eigenen Kampagnen zu bauen. Und hier wollen wir natürlich auch die Modding-Community ansprechen. Denn wir haben festgestellt, dass unglaublich viel guter Content aus den Bereichen von der Community kommt. Und die haben natürlich mittlerweile auch über 25.000 Quests schon erstellt für Neverwinter. Also da ist eine ganze Menge krasses Zeugs dabei. Also im Grunde wie auch bei Neverwinter Nights der Editor. Ganz genau. Also der Editor ist ähnlich aufgebaut. Er bietet die Möglichkeit auch Laien, sag ich mal. Leuten, die jetzt nicht Programmierer sind. Leute, die keine Grafikdesigner sind. Per Drag & Drop könnt ihr dann im Prinzip eure eigenen Quests zusammenstellen. Und das ist ein wirklich ganz linear aufgebautes, simples Storyboard, was unglaublich mächtig ist, wenn man dann nachher die Story spielen will. Also da gibt es eine Menge für die kreativen Köpfe zu entdecken, sag ich mal. Ja, dann, wenn du jetzt nicht noch unbedingt irgendetwas loswerden möchtest, würde ich erstmal für das Gespräch danken. Ja, eine Sache wäre vielleicht noch witzig zu erwähnen. Wir haben bei uns in Neverwinter eine ziemlich coole Community, also mit euch zusammen. Und wir haben natürlich auch, um mit euch reden zu können, eine Live-Show, die bei uns jeden Donnerstag läuft. Das heißt also, wenn ihr das Spiel spielt, habt ihr Donnerstags immer im Launcher, wenn ihr das Spiel startet, in der linken Seite ein kleines Bild und zwar mit der Nadine, die jetzt hier drüben steht und mit mir. Und wir machen dann immer eine Stunde live mit der Community, wir beantworten eure Fragen und wir erzählen euch, was Neues im Spiel gibt und einfach so, dass ihr die Möglichkeit habt zu sehen, wer steckt denn hinter dem Spiel. Also ich glaube, das ist so ziemlich einmalig, das gibt es, glaube ich, in keinem anderen Spiel. Habe ich zumindest noch nie gehört. Klingt aber sehr cool. Das ist auf jeden Fall saukool. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit hier. Ja, gerne. Immer wieder. Okay, prima. Ja. Okay.